Heute steht der FU LDSC 2010 in Oberösterreich startet. Das bedeutet also Slowenien, Burgenland und Oberösterreich im ersten Halbfinale. Das bedeutet gleichlautend, dass es der Lukas Schreiger mit zwei Italienern in seinem Halbfinale zu tun bekommt. Hopp 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 hopp! Jetzt haben wir alles schon angesprochen. Der stärkste Mann in der Halb. Komm, 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 komm! Hat sogar recht wenige Probleme. Komm, 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 komm! Und der Stadt Nummer 63 sind die Mannschaft im Burgenland. Da ist er noch ganz eingezwischen den Börren. Hopp 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 hopp! Metzmauser Hinne, hinne! Montser, Daniel Franz. Spekuliert auf Andreas Betzold, auf 1,2 und auf 1,3 und 5. Jawohl! Und der Oberösterreich im Kinnhauser. Der Oberösterreich, der wir jetzt nach oben positionieren. Der Oberösterreich bei Der Oberösterreich, der dir uns noch einmal befinden, mit dem Kinnhauser, der von Kinnhauser in der Kinnhauser in der Kinnhauser auf uns, Vielen Dank.